Genau das wollte ich. Aber ich mag Silent Scaffles wirklich. Die sind einfach nur lecker. Ich meine, die sind so silent, ha ha ha. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Cheating. Heute spiele ich mal auf CubeCraft, damit ihr seht, dass es ein wirklich guter Server ist und damit ihr seht, dass Project X auch auf CubeCraft, also auf NCP durchgeht. Soweit ich weiß, slash AC, nope, slash NCP. Ja, oder auch nicht. Okay, ich dachte mal, die hätten NCP. Schreibt mir mal in die Kommis, was da so von Anti-Cheap drauf ist. Aber ja, ich glaube, das war mal NCP. Hat das Gott dahin geaimt? Die hätten die erschwert. Aber gut, habe ich ihn bekommen. Nice. Ja, es gibt gerade so ein paar Komplikationen mit dem Client. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Der soll Skid sein. Dann sagen wieder andere, er wäre nicht Skid. Aber die meisten guten Coder sagen, er wäre Skid. Die meisten, die ich so kenne. Ich werde mich jetzt aber nochmal mit Vertex und so auseinandersetzen. Ich will aber ehrlich zu euch sein und deswegen sage ich euch das einfach mal. Aber ja, der Coder steilt jetzt natürlich ab. Ein paar andere Coder sagen auch, es wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt Skid. Aber ja, ich muss, ich weiß einfach nicht wirklich. Ich werde das Ganze nochmal abklären und da werden wir sehen, was mit dem Client passiert. Beziehungsweise ob er da bleibt, ob er nicht da bleibt. Aber ja, gut, das werdet ihr dann alles sehen. Lol. Das war noch genau ein Hit. Aber ihr seht schon, Cuecraft ist ein super Server, wirklich. Da kann man gar nicht drauf cheaten. Aber da konnte man schon immer perfekt drauf cheaten. Das sind halt irgendwie alle diese Ami-Server. Da kann man überall drauf ziemlich gut cheaten eigentlich. Äh, da unten ist einer. Und warum gehe ich dann hier hoch, lol? Das ist sogar der letzte. Aber dann erwarte ich den mal da hinten. Und da ich eh einen Goldapfel habe, nehme ich den einfach. Das hat ja so viel Crips. Ziemlich gutes theoretisch, so. Lol, der checkt es ja gar nicht. Hä? Und dann kommt er auch noch her. Was erwartet er sich denn davon? Ja, wir sehen uns dann gleich in noch einer Runde. So, jetzt sind wir in der nächsten Runde, beziehungsweise ich. Ich rede immer noch in dieser Form von mir. Egal. Auf jeden Fall bin ich in der nächsten Runde. Und ja, das ist jetzt das letzte Video vor dem 20k. Und ja, es sind jetzt noch gerade 60 Abonnenten. Ich habe jetzt, oh geil, spame ich voll. Das mag ich so. Oh ja, geht es mir. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich habe jetzt 19.760 Abonnenten. Noch 40 fehlen. Und ja, das ist einfach so geil. 20.000 Leute folgen mir auf YouTube. Dann, also da wird natürlich ein Video kommen. Ich werde das Ganze ein bisschen specialisieren. Und Sidon Scaffold geht einfach auf NCP auch durch. Das ist auf jeden Fall nice. Und ja, wie gesagt, ich suche immer, ähm, immer neue Server zum Cheaten. Also, falls ihr euch auskennt und irgendwelche guten Server mit über 500 Spielern kennt, dann schreibt sie mir in die Kommis. Und ja, also einfach irgendwelche Server, wo man richtig gut drauf cheaten kann. Ähm, ihr wisst ja, wie ich die dann vorstelle und so weiter, wenn die gut sind, damit sie die Öffentlichkeit sieht. Willst du mal aufhören? Läubern bis jetzt unten. Stirb, danke. Genau das wollte ich. Aber ich mag Silent Scaffold, wirklich. Die sind einfach nur lecker. Ich meine, die sind so Silent. Hahaha. Wer hätte es gedacht? Ja, bau halt zu, Alter. Boi. Lol. Ja. Pff. Haha. Ich glaube, du wirst sterben. Aber ja, das war auf jeden Fall ein knappes Rennen. Junge, was denkst du dir denn dabei? Haha. Ja, gut, ne? Aber ja, das hier, also auf diesem Server kann ich euch einfach nur empfehlen zu cheaten. Das ist richtig smooth hier, vor allem halt mit dem Client, weil, ähm, Silent Scaffold und so weiter. Aber eigentlich ist es auch nicht so schwer, würde ich jetzt mal so denken. Ähm, einfach hier Scaffold an und loslaufen. Eben was nix mehr, Hotkeen oder so. Einfach nur durchlaufen mit Kill Aura und alle umbringen. Der Server ist wirklich perfekt. Also es gibt im Moment echt viele Server, wo man sehr gut cheaten kann. Aber die gibt es alle schon immer. Also auf Q-Proft kann man immer schon cheaten. Auf Hypixel kann man immer schon cheaten. Ähm, auch mit Free Clients natürlich. Also ja. Sogar hochtauern mit dem Scaffold. Ja, alles super. Tschüss. Oh, du lebst noch. Okay, doch nicht. Lol. Ja, noch drei Spieler leben. Die sind tatsächlich in der Mitte. Das heißt, so viele, die werden gutes Equip haben und ein bisschen schwerer werden. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Ja, das kriegen wir hin. Lol. So. Ich fliege auch in wenigen Tagen wieder zurück nach Deutschland. Denn ich, ähm, habe dort einen wichtigen Termin. Also ich fliege nicht komplett zurück. Sondern ich habe da nur einen Termin. Und, ähm, also ich habe da, ich muss, ich muss unbedingt zurück. Weil sonst, also das ist einfach wichtig. Aber ich bin, gehe auch nur für zwei Tage zurück. Sonst müsste ich ja nicht... Ja, was machen wir hier, Alter? Okay, das habe ich schon mal gewonnen. Ich würde sagen, eine Final Runde mache ich noch, weil nicht, dass die letzten Hacks zu kurz sind. So. Hi, 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 hi. Und willkommen zurück in der letzten Runde. Ähm, eigentlich kann man hier auch mal einen anderen Speed reinmachen, weil es ist halt NCP und warum sollte man hier keinen NCP Speed reinmachen? Ähm, ja. Jetzt ist der NCP Speed drin. Und vielleicht geht der ja auch ganz gut durch. Aber ja, es ist ein NCP Server, also warum nicht? So. Einmal hier hoch und dann noch die letzte Kiste gönnen. Und dann geht's ab in den Kampf. Ich mag Smooth for Clients. Einfach durchrennen. Und keinen Hit bekommen. Haha. Weil die Range einfach so hart ist. Nice. So. Einmal da rüber. Okay. Komm zu mir. Ich bin ein Geist. Lol. Ich habe ihn gerade komplett darüber geboostet. Lol. Hä? Junge, diese Range. Alter. Oder ist einfach nur Loground? Aber ich glaube, die Range trägt ja definitiv was dazu bei. Lol. Ich komme. Ja, der NCP Biob ist definitiv schneller. Ja, ist er. Oder was denkt ihr, Kappa? So. Also. Viele Leute wissen es ja gar nicht, dass ich in Frankreich bin. Also, ähm, nochmal für die Leute, die jetzt neu sind. Ähm, ich bin in Frankreich gerade. Also, falls ihr fragt, ob ich eine Roomtour machen kann. Ich will jetzt eigentlich nicht so das Zimmer von meinem, von meiner Gastfamilie liegen. Also, ja. Ich hatte nämlich sonst vielleicht eine Roomtour zu 20k gemacht als Teil davon. Weil eine Roomtour ist easy gemacht. Das ist jetzt kein Aufwand. Und ich finde, als so Special, da sollte man sich schon Aufwand machen. Und deswegen finde ich so Giveaways und so, ja, das ist auch schon Aufwand. Zum Beispiel, wenn man jetzt Geld da rein spendiert, dann ist es tatsächlich Aufwand. Weil Geld ist schon Aufwand. Weil Geld meistens durch Aufwand kommt. Also, Geld macht man meistens ja, ja, tschüss, durch Aufwand. Also, wenn man richtig arbeitet und jetzt nicht alles von seinen Eltern hat. Ja, ich habe schon wieder gewonnen. Und ja, ich empfehle euch einfach mit diesem Kleid hier zu spielen. Wenn ihr ein bisschen entspanntes Cheating haben wollt. Ganz entspannt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge im Minecraft Cheating Video. Ho da rein. Ich bin der Ghost. Ciao. 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 Ciao.